jetzt um und willkommen zurück zu einem Maus der Bildungsrund um zu haben ja auch mit dem Ausmaß sind die Bildung jetzt so nun abgegangen sind von die Räsen die Mut machen wir sind schwarze Wolle dann holen wir den Ton das das holen wir das so wir machen einen schönen Kopf wir machen einen schönen Kopf so 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 schönen Kopfhäuser da ist einfach so ein Cap drauf obwohl ihr ein bisschen Mut damit man das besser sehen kann so 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 da ist jetzt noch eine Kopfhäuser ich probiere nichts mehr aus so 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 Das weiß ich mir. Keine Ahnung was das ist. Keine Ahnung was das ist. Das auf jeden Fall Hut und der ist okay. Achso, das ist ein Weihnachtshut. Aaahhh. Oh ist nicht toll. Ne. Ok. Ich bin glaub ich nicht mit der Master-Bilder, weil meins nicht so toll ist. Ah. Ist aber auch nur okay, weil irgendwie sieht das hier sehr komisch aus, dass das irgendwie... das ist eine coole Idee aber ist halt ein bisschen Pixelart mäßig und es ist nur ok ist ein ok das war zu der Fall versucht so ein Pixelart und dann das normal zu machen Weihnachtshut, der sieht schön aus und der Hut sieht auch schön aus, ist gut Finde ich gut Sorry, das ist so gut So gut Meins ist traurig Ne, meins ist vielleicht nicht so traurig Sorry, das ist nicht fertig geworden Der Hut sieht irgendwie nicht aus wie ein richtiger Hut, sondern einfach nur wie eine Kloake Ja, nicht so Der beste Frontpunkt Bluten Edgar Ja, das sieht ein bisschen psycho aus mit dem Mund Das ist ein ok Das ist nichts Gutes, nichts Schlechtes sein Wann hat der Bauburglöcke vergessen Ich kann mal mit leben Ich kann mal mit leben Jetzt sieht auch nichts besonderes Ist halt Wann ist das? Wieso? Es ist ok Ich meine, der hat das Ziel erreicht Also er hat das gemacht, was man machen musste, man erkennt es Aber es sieht nicht völlig scheiße aus Also ok Sie kommen alle drin geblieben, glaube ich Es sind noch so viele noch hier Äh Ich hätte nicht so gut die Müll erziehen sollen Ist auch noch ok Die ist nichts Gutes Die ist nichts Schlechtes So So Gott, das war's jetzt Ja Immer spannend, wo ich bin Ich bin ja seit 99 Hä, der hat halt gewonnen Der fand ich mit dem ersten Nur der erste mit dem Hasen fand ich auch schöner Muss ich ehrlich sagen Ja, der Master auf Bilder hat jetzt mal eine Pause gemacht Ja, der wollte mal gucken, wie die Konkurrenz ist Und jetzt in der zweiten Runde In der zweiten Runde ruht er dann auf und macht alle fertig Hoffentlich kommt er die Scheiße, was ich nicht Keine Scheiße, die ich nicht bauen kann 20 Sekunden mal wiederholen 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 So, das ist immer spannend, dann was muss ich machen. Mizzletoe! Ein Mistelzeit, das ist doch... Ey, ist irgendwie süß, das ist irgendwie so. Mizzletoe! Mizzletoe! Na, ich muss das so machen. Wie viel habe ich denn diese Abstufung? 1, 2, 3... Das heißt... Oh, scheiße. Ich hoffe, dass das irgendwie dumm ist, weil ich richtig viel Zeit verblendet habe. Egal, ich packe das schon. Ups. So. So. Und dann schleifen. So. 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 so.